Weg da! Was ist denn das? Ein Helm? Ja, ist das Rüstung? Ach, Rüstung! Ich dachte schon wunderbar, was das ist. Ja, entschuldige! Verdammt! Tja, der Afro ist gereinigt. Jupp! Aua! Huch! Pass auf, da! Pass auf! Au! Ich hab doch gesagt, pass auf! Ja, ich... Du wolltest es nicht glauben, oder? Näh! Ja, ja, ja! Die geht jetzt bestimmt wieder die Luzi ab! Doch nicht! Nö! Doch! Wo, wo, wo? Oh! Boah! Heftiger Scheiß! Huch! Aua! Die sind grob zu mir! Sag mal was! Macht weiter so! Wenn man solche Freunde hat! Wo trampelt denn der da? Tja! Hüpf! 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 Ach, hier waren wir noch nicht! Ja! Da waren wir schon drin! Was waren da? Da waren nur... Ach, Tommy Gun! Thompson! Thompson! Thompson Gun! Thompson Gun! Thompson Gun! Dung-s-s-s-s-s-s! Nehm das doch gleich mal in die Hand! Schaden kannst du nicht! Wo ist? Wieso bin ich gestorben? Gemein! Tapp, 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 tapp! Tappi, tapp, tapp! Tappi, tapp! Tappi, tapp! Geht's jetzt lang? Herpi, derp! Herpsen, derpsen! Hä? Kommt denn da schon, oder? Mensch! Wir können da einfach keine Ruhe geben, alle miteinander! Wir können da einfach keine Ruhe geben, alle miteinander! Komm! Napalm... Wo ist das? Das war's! Das ist nett! Ja, mei! Oh, mei! Ja, ich sage mal! Nö, brauchen wir nicht! Hm... Hup! Hup! Ja... Geht's denn bitte mal auf? Tja... Geht das jetzt auf, oder? Bestimmt! Haaa! Tommy Gammoni! Gustum! Typisch ein Gegnerraum! Joa! Das wär schon mal wieder nett! Jemand zuhause? Außer Einhörner, Gemälde an der Wand! Jemand zuhause? Außer Einhörner, Gemälde an der Wand! Die Hygiene, gell! Nee, ich glaub das sind die Skorpionen! Ach, stimmt! Aber hier ist keins! Ach doch! Das sind die Hygiene! Oh, da! Nö! Stimmt! Doch nicht! Nee, das sind schon die Skorpiden! Oh! Wo ist denn? Mann, die Bäume hier! Kann man nicht wegmachen! Gell! Von wo schießt der denn? Von da oben! Er ist tot! Ah! Hammers! Nee, Hammers nicht! Oh! Ich weiß nicht wo! Egal! Scheiß drauf! Weiter geht's! Genau! Lala! Laa! Huch! Ah, da ist ein Elefant da! Der golden Elefant! Mhm! Huch! Komm mal da hin! Hepp! Ähm! Ich wollte eigentlich nicht runter springen, aber ich hab's gemacht! Zock! Goldelefant! Supi! Hä, was trifft mich denn immer? Ach, ich hab mir hart viel! Ach, noch eine! Verdammt! Huch! Immer diese Drecksäule! Komm, geh drauf! Danke, das war dir gefallen, Tarnasch! Laa! Aua! Wer war denn das? Der ist noch ein Grüner irgendwo! Der Grüner! Der ist Körner! Ich seh ihn nicht! Ich auch nicht! Egal! Na, was haben wir hier alles? Huch! Was haben wir jetzt gelandet? Öh, waren wir hier nicht vorhin? Ne! Aua! Minigun! Wo, wo? Mitte, Mitte, Mitte! Ich hab noch Probleme mit meinem Pferdchen hier! Ja, ich komme! Ne, ne, passt schon! Was? Au! Was ist denn hier hier los? Mensch, Moffi! Ich kann noch nichts dafür! Ja, sicher! Das sind alles deine Freunde, nicht meine! Meine Freundin! Aua! Aua! Toll! Vielen Dank auch! Ja, ich sollte ja nicht helfen! Du verrückt! Du verrückt! Ah! Hä, der steht hinter nem Mauer! Ist ja gemein! Ja! 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 Ich komm nicht klar! Wo sind alle? Ja! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Oh! Oh! Da hängt ein Bob in der Wand! Nicht mehr! Wow! Alter Schwede! Hä? Hä? Äh! Hepp! 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 Hucke mal ans Licht gehen! Hä, wo bin ich? Ach hier! Oh, das wird spannend! Wo denn? Wo bist du denn? Ich bin gestorben! Und jetzt bist du? Hier! Huch! Ach da! Ui! Ja, hier geht's nicht rein. Was ist denn hier wieder? Äh, das ist der Raum, wo du reingefallen bist, ne? Tatsache. Gut. Dann, hier gucken. Oh, Seite. Geht. Oh, ich hör da was. Himmel. Da hinten ist doch irgendeine Waffe. Jo. Ach, Tommy gar nicht. Egal, ich würde die Muni. Schießt du grad? Oh, was war ich? Ah, nee, nichts. Schon okay. Verdammt, 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 verdammt. Oh. Brennt. Ja, aber deswegen brauchst du halt mich abfackeln. Oh. Komm, Meuster. So. Ah. Ah, tsching. Tsching. Hui. So, und Ah, jetzt hier ausrum. Hüpp, 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 hüpp. Ach, hier muss man genau. La, 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 la. So, hier gehst du noch nicht auf. Ja, wie? Hm, hm, jetzt kommst du mal mit. Okay. Ich glaub, befolge mir. Follow my lead. Tap, tap, tap. Tap, tap. Hier war man noch nicht drin. Oh. Sag doch was. Oh. Oh. Ich kriegst du krank. Okay, noch mal den Rücken von mir. Dann sterbe ich. Entschuldige. Du Depp. Ich? Ja. Sorry. Wo bin ich jetzt? Was? Hey. Nein, da sind das viele. Supi. Masupilan. Wo ist denn der Klinge da? So. Genug. Es reicht. Ja. Denkst du mal, ne? Schon ledig. Gut. Go, go, go. Du brennst. Ey. Ich dachte, dir friert's. Dir friert's. Mich friert's. Was haben wir da? Oh. Da geht's rein. Brenn, Tür, brenn. Oh. Oh. Was ist das? Das ist ein Gnade. Schon wieder. Ach, das bist du. Ja, das war ich. Ah, ich bin ein Gnade. Sehr gut. Sehr gut. Money, money, money. Let's be funny. Let's be funny. Let's be funny. Hup. Was soll denn der Käfig da? Ist du jetzt öffnen? Ah. Huch. Super. Ach, jetzt haben's Zug gemacht. Ja, das war's dann. Aber hier kommt doch eh nix rein. Hey, where are you going? Oh, hier ist n' offen. Hey. Ach, da. Ha. Das war uns. Hier geht's nicht raus. Das war dein Besten. Oh. Jetzt ist hier wieder offen. La. Ah, da geht's noch wo lang? Schön. Ich seh' dich nicht. Ich hör' dich. Ja. Siehst du mich? Ja. Ach, da. Ach, hier hinten rum. Yep. Yep, 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 yep. Da ist schon. Da unten sind wir so bleib. Da rechts. Ui. Ja, nö. Nice. Nice. Aua. Höfe des Gilgamesch. Erst mal vorlesen. Ja, lies mal. Bei mir lädt's noch. Gut. Äh, Persepolis, Höfe des Gilgamesch. König Gilgamesch war einer der berühmtesten babylonischen Herrscher. Vielleicht sogar der größte. Viele Künstler zu allen Seiten haben seine Taten und seinen Mut dargestellt. So auch die Architekten von Persepolis, die ihm zu Ehren einen großen Komplex von Höfen und Tempeln anlegten. Dort befinden wir uns, in einem Teil von Persepolis, der die Höfe des Gilgamesch genannt wird. Der Tempel des Gilgamesch muss hier irgendwo sein und angeblich gelangt man nur durch ihn zum Turm von Babel, unserem Hauptziel. Fein. Schön. Wollen wir mal. Wollen wir mal. Hier ist nix. Z, z, z. Ui, wie hübsch. Nice. Nice. Hier gefällt's mir. Was ist das da schon wieder? Oh. Verdammt. Tja. Hilfe? Ich glaube, du bist tot. Shit.